Hallo Zalti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und frohe Ostern. Hier spendiere ich euch mein Oster Video mit der KTM 1290 Super Adventure S unterwegs im Schwarzwald. Ohne grosses Gequatsche, ohne Sound, einfach pure Motorrad fahren. Ich wünsche euch viel Spass. Ich halte jetzt schon mal einfach mal wieder auf dem Kanal. Dann gehe ich dich wieder. Ich habe wieder nur einen Weg, aber auch in den Kanal haben. Ich halte jetzt noch mal. Ich halte jetzt noch mal runter. Ich halte jetzt noch etwas Essen. Hier sind wir late. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020